Die zu veräußernde Einzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin Charlottenburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnfläche der Etagen-Wohnung liegt bei ca. 38 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 110.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017